Liebe Leute, jetzt zu Krisen in der Berichterstattung. Wir haben einen Notfall hier in der YouTube-Lounge. Und zwar ist mir zu euch gekommen, dass das Klo verstopft sein soll. Da schauen wir jetzt direkt mal nach und werden dann ganze Sache auf den Grund gehen. Da frage ich auch direkt mal hier in die Runde, ob hier jemand weiß, wer das Klo verstopft hat. Kannst du kurz, ähm, danke. Wer das Klo verstopft hat? Kommen Sie mal rein. Die große Frage, die im Raum steht gerade, wer hat das Klo verstopft? Bitte, um was geht's? Bitte, um was geht's? Einmal kurz Ja, bitte. Ja. Bombe ist gepasst. Alles klar, Leute. Wir sind raus. Wir gehen zurück ins Hauptstadtstudio über die Sender Danzig, Brenzlau und Bielefeld. Wenn es nicht knattert, dann ist es nicht richtig gefixt und geteert. Ich habe Red Bull, tschüss. Dankeschön für unseren Korrespondenten. Also hallo, Rivas. Wir schauen uns nochmal das Krisenbiet genauer an. Kommen wir mit. Oh, es ist abgesäkert. Schauen wir mal rein. Was genau passiert mit dem... Sehen Sie dort, das Wasser, es geht hoch. Also, die YouTube-Lounge. Die Kinder können sich mal wieder nicht benehmen hier. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich bin total, total aus dem Haus und wieder enttäuscht. Und hoffe, dass das schnell erledigt wird. Wir bleiben an der ganzen Sache dran. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.